Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Heute stelle ich euch die Auslaufprodukte vom Jahreshauptkatalog vor. Ja, es ist schon wieder ein Jahr vorbei. Der neue Jahreskatalog steht in den Startlöchern. Am 4. Mai erscheint er. Und wie jedes Jahr gibt es eine Ausverkaufsliste der Produkte, die uns leider verlassen werden. Da in der Liste keine Bilder drin sind, habe ich mir überlegt, ich mache euch ein kleines Video. Ich habe euch im Katalog Seite für Seite mit Rotstift anmarkiert, welche Produkte uns verlassen. Und damit ihr einen besseren Überblick habt, weil Bilder sagen mehr als Worte, sagt man so schön. Also bitte bedenken, wenn ich teilweise eine komplette Seite fotografiert habe, es laufen nur diese Produkte aus, die mit dem Rotstift anmarkiert sind. Alle anderen bleiben uns erhalten. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Und es gilt, nur solange der Vorrat reicht. Also wenn diese Auslaufprodukte ausverkauft sind, dann sind sie weg. Teilweise sind sie sehr stark reduziert. Schaut also einfach im Shop oder in der Liste, die ich euch geschickt habe, nochmal nach. Also teilweise sind sie reduziert, teilweise nicht. Also schaut einfach mal nach. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Liebe Grüße! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020